hey ho meine lieben neuer tag neues glück heute wieder mit manu manu hat mir verboten in die hütte zu gehen mit der cam weil es da aussieht unter aller sau ja gefällt dir das hier was hier alles vorwärts gegangen ist die woche sehr schön sehr schön ja und das mit der hütte da das zeige ich euch jetzt ich habe es gestern im live stream schon erwähnt der kollege gestern hat er gemeint er muss mir hier alles mal ausräumen dass man wirklich bloß noch das aufheben kann was gut ist ja und dabei ist die komplette rückwand rausgefallen ich habe jetzt mit den restlichen platten schon mal angefangen gehabt da sind wir gestern die schrauben ausgegangen heute noch schnell neue organisiert und das ist jetzt mein erster schritt dass ich hier hinten komplett zu machen dass man dann später hier wieder sauber einräumen kann einräumen ausräumen umräumen das übliche halt was habe ich noch alles geschafft beziehungsweise der alex hier noch nicht ganz hinschauen alex hat gestern die hochbeete zusammengeschraubt ich sehe gerade das ist wieder bissel abgesagt damit dafür man sowieso erst ein bisschen erde unten an und und noch ein und dann kann ich die gewächs die hochbeete noch genau einrichten dann war manu mit auf shopping tour war sie gar nicht so begeistert weil wie das geld weg ist habe ich hier schon mal das erste zeug fürs tomaten häusle was hierher kommt das habe jetzt einfach beschlossen es kommt hierher ist das in ordnung für dich ja ja gut ja das gibt auch noch mal eine bauphase und dann habe ich noch schöne hochbeeterde mitgenommen ein paar schrauben und ja das übliche dann habe ich gestern hier oben die kante fertig gemolert die latten hingemacht und dann konnte ich endlich mit den spack des dach hier um hier so weit umlegen festschrauben und auf der anderen seite dasselbe spiel da muss ich aber hier jetzt noch von ganz unten schrauben nach jagen dass es da komplett um dran liegt weil so sieht scheiße aus ja und dann habe ich hier noch ein bisschen gemolert und abgedichtet also das ist jetzt hier nicht trocken also das weiß braucht man gar nicht übermalen habe ich gerade festgestellt das ist gut was wollte ich jetzt sagen ja da oben die seite mache ich spack sich zuerst hin die rückseite von dem häuschen da kommt auch noch ein neues dach drauf auch noch demnächst ein grünschnitt haben wir uns organisiert heute noch wo man den anhänger geholt haben eben für die hochbeete und jetzt geht's los werden wir groß ich spring gleich da hinten hin ich spring gleich hinter werde die platten fertig hinspacksen und ja da darf ich jetzt nicht rein filmen sonst haut sie mich vielleicht vielleicht auch nicht vielleicht vergräbt sie mich auch ja und dann weitermachen und dann sehen wir weiter oder sehen wir uns wieder wenn ein bisschen was geschafft worden ist bis nachher leute jetzt darf ich wieder manu hat hier vorher noch ein bisschen gewütet ich habe noch ein bisschen mit geholfen ja und jetzt kann man sich hier wenigstens wieder bewegen da geht es ja auch noch weiter mit dem mist gut was ist passiert ich habe die rückwand komplett zu wild hemmungslos schief und hau mich tot die platten dahin gespackst ey leute da kommt man von hinten echt scheiße hin jetzt eben wie gesagt kommt das dach dann noch runter kommt noch was neues drauf auch blech dass es wirklich bis zum rand dicht ist dass da nirgends mehr wasser rein laufen kann von hinten ja sieht das ganze ungefähr so aus hier muss ich mir auch noch was ausdenken damit das ja von diesem dach was ich ja sowieso schon von selber zerlegt ähm mir das wasser ein bisschen von der hütte wegläuft und nicht immer hier an den schuppen direkt hin weil der vermodert ja alles unten drunter aber das bastle ich dann separat einmal manu ist mittlerweile heraus fleißig wie schwein die tut erde durchsieben hier außenrum haben wir schon ein bisschen angefüllt und jetzt kommt ganz ganz unten erst einmal noch eine lage erde einfach dass es sauber steht sauber steht genau dass es sauber steht so kann man sagen und ähm danach kommt dann der grünschnitt rein ja soweit sind wir meine schrauben sind wieder alle das heißt ich muss warten dass meine internetbestellung kommt und dann kann ich hier oben entlang die weiter hin spaxen ja drei schrauben habe ich noch übrig gehabt so sieht es dann aus weil ob ich jetzt für wo habe ich eigentlich meinen bauhelm hin und ob ich jetzt für 50 schrauben 9 euro zahl oder für 250 ja 250 schrauben 12 euro zahl da brauchen wir nicht lange überlegen wo ich die schrauben eigentlich her hole also die für 9 euro für da hinten waren heute eigentlich nur die notlösung dass ich dazu machen kann ja so dann werde ich jetzt anfangen weiter streichen genau Attacke so jetzt haben wir unser unseren grünschnitt drin als nächstes kommt rasen sonde oder so halt so abgestockene rasen schichten da drauf die liegen da hinten vorher muss man erst das zeug fest trampeln dann das zeug fest trampeln dann schauen wir mal uns diesen Dreckshaufen hier an ob man da irgendwas unten drunter verwenden kann und holen auch gleich noch Pferdemist Pferdescheiße Pferdemist nennt man das das ist Pferdescheiße sie sagt Pferdemist nein Pferdescheiße Pferdescheiße lieb sein ja und so füllen wir jetzt das Hochbeet auf damit man das vielleicht heute noch den ersten Teil mit Winterzeugsel bepflanzen kann ja ich stehe hier gerade drin und trampel den Scheißgarten ein bisschen runter ja pass natürlich auf dass ich nicht unbedingt auf die Schnauze fall dabei ja nebenbei kann ich noch meine Haken rausdrehen so die ich mal da hinten rein dreht habe ich es der plane wo ich gespannt hatte Ah Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je vaccine Euerland Wollte ich meine Wand streicheln aus jetzt hier ja das ist der ganze glas mist und so drin und da steige jetzt wieder rein und lasst es nun da ein bisschen und dann kommt hier pferdemist drauf gemischt mit der erde von der hinten ja 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 da kommt die pferdescheiße aber die stinkt glaube ich geil also ich trampel dir hier gerade ein bisschen runter sehr schön ja Ja, je fester das getrampelt ist, desto weniger sackt das noch ab. Das Ganze haben wir ja nochmal auf 2 Meter Länge vor, aber jetzt noch nicht. Kurz zu Hause gewesen, Tickleu reingelassen, jetzt wieder hier weiterfegen. Oh Leute, aber jetzt, was ich jetzt mache, soll ich es euch echt zeigen, soll ich es euch echt zeigen? Soll ich es zeigen? Ich hau mal jetzt lecker Steaks mit Baked Beans rein, ganz genau, das tue ich jetzt und weg du blöde Fliege, das ist mein Essen. Und jetzt esse ich erst und nachher mache ich weiter und wenn wieder was geschafft worden ist, ja, hole ich euch dazu. Leute, also was ist heute eben noch passiert, ist, dass ich das Holz gesickt habe, wie ein Blöder. Und Manu wie verrückt Erde gesiebt hat, die hat hier jetzt auch noch ein bisschen was reingebracht, mit dem Pferdemnis gemischt. Aber leider noch lange nicht genug, noch lange nicht genug. Wir haben noch lange nicht, noch lange nicht genug. Boah, schaut die mich gerade an. Ich habe noch eine Spitze da, die trinke ich jetzt. Ja, das kannst du gerne machen. Alle Letzte. Ja. Und genießen noch ein bisschen Feuerchen gucken. Genau. Und ruhen uns doch ein bisschen aus. Das machen wir und dann fahren wir nach Hause. Richtig. Und dann werde ich das Video bearbeiten. Ja. Ja, irgendwann später seht ihr es dann noch. Und Käffchen trinken. Ja. Leute, ich sage einmal, ich tschaukowski, rein theoretisch bis morgen, weil da werde ich höchstwahrscheinlich wieder herin sein. Und wenn es regnet, mache ich Innenarbeiten. Richtig. So einfach ist das. Ja. Ciao. Ciao.